so schau dass keine XP in diesem Spiel gibt, das wird noch so ein bisschen wo vielleicht würden sie es auch kaputt machen, wer weiß Pferdegott, ach von wem Pferdegott, wie ist ein scheiß Film Marlon Oh! Mmh! Was zur Hölle ist das, bitte? Ach guck mal, der kann tatsächlich Pferde retten, hätte ich das mal zu Anfang gewusst. Oh, was zur Hölle ist das? Du bist wieder da, wie schön. Ich hatte keine anderen Pferde, dachte ich.